Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in dem Video geht es um einen neuen epischen Auftrag und der heißt hier Plündelreihen Artefakt von Staphy Stronghold und von Coral Castle. Ich zeige euch heute auf jeden Fall die ganzen Orte davon. Es gibt insgesamt vier Artefakte in Staphy Stronghold und vier Artefakte in Coral Castle. Ich werde euch die ganzen Orte mal ganz in Ruhe hier im Wiederholungsmodus zeigen und ich würde sagen, da sehen wir uns dann gleich ganz kurz mal in den Runden hier. So, wie ihr hier gerade sehen könnt, bin ich im Wiederholungsmodus und hier unten ist Staphy Stronghold und ich zeige euch mal die ganzen Orte, die es hier in Staphy Stronghold gibt. Hier unten gibt es auf jeden Fall dieses ganz große Gebäude und hier hinten bei diesem dicken Baum und zwar ganz genau hier diesem, da gibt es auf jeden Fall da an der Stelle das erste Artefakt, was ihr einsammeln könnt. Und da hättet ihr schon den ersten Teil der Aufgabe fertig, ist dann auf der Karte genau hier an der Stelle. Direkt nebenan und zwar ganz genau hier ist nochmal ein kleines weiteres Gebäude und auch hier drin gibt es genau hier an der Stelle ein weiteres Artefakt, was dann auf der Karte genau hier wäre. Und dann gehen wir kurz mal ein Stück hoch und zwar ganz genau zu diesem Gebäude. Auch dort gibt es ein Artefakt, ein wenig hier unten rein und da ganz genau hier an der Stelle neben der Kiste gibt es ein weiteres Artefakt auf der Karte dann genau hier. Und dann gibt es in Staphy noch einen vierten Ort, hier seht ihr auf jeden Fall diese drei Gebäude, da gibt es auf jeden Fall so ein Artefakt und das letzte und somit vierte Artefakt gibt es in Staphy hier an der Stelle. Da seht ihr es auch schon, das wäre dann genau hier am Rand. Und dann gehen wir jetzt auch mal ganz kurz zu Coral Castle. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier bei Coral Castle und ich zeige euch auch hier nochmal die ganzen Orte. Wir fangen direkt mal hier unten bei diesem Gebäude an, hier gibt es direkt das erste Artefakt. Einmal ganz kurz hier unten reingehen und dann hier herum und dann gibt es ganz genau hier an der Stelle das erste Artefakt. Das seht ihr dann hier und ist auf der Karte an dieser Stelle direkt ganz unten in Coral Castle. Wenn ihr dann hier einfach mal raus geht, dann gibt es das nächste Artefakt ganz genau hier im Hauptgebäude unten im Wasser an dieser Stelle. Da seht ihr das zweite Artefakt, was relativ in der Mitte von Coral Castle ist. Und wenn wir dann hier wieder raus gehen und zwar einmal rechts hier oben rum, dann gibt es hier auf diesem kleinen Hügel noch ein weiteres Artefakt. Das wäre dann auf der Karte genau hier oben. Und wenn ihr dann hier von da aus direkt hier unten zu diesem Gebäude geht, gibt es hier unten im Wasser das letzte und somit vierte Artefakt. Das dann auf der Karte genau hier und das sind dann hier die vier Orte aus Coral Castle, um diese Artefakte einzusammeln. Ihr müsst da wahrscheinlich nur eins von beiden Orten nehmen, aber ich wollte euch trotzdem mal alle Orte zeigen, damit ihr hier auf jeden Fall mehr Auswahl habt, falls die ganzen Leute zu einem bestimmten Ort hingehen. Ja, das war es eigentlich auch schon an der Stelle. Lasst gerne ganz kurz einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.